Uuuuuh! Ein Brosit, ein Brosit der Gemütlichkeit! 1, 2! Also, jeden Scheiss mach ich auch nicht mit. Achtung! Nicht verwechseln! Das sind die Wiesen... ...und das sind die Wiesen. In jedem Scheiss-Kaffin-Ober-Hinter-Naben-Pfupfige findet im Oktober ein Oktoberfest statt. Nein, nicht nur eins. Sogar mehrere. Dabei gibt es ganz klar nur ein richtiges Oktoberfest. Und zwar das, sagen wir es alle zusammen, am HB Zürich. Ich meine, das Oktoberfest am Zürcher HB nennt sich ohne Scheiss Zürichwiesen. Wiesen? Auf einem Bahnhof? Sorry, die haben doch nicht alle Kriege im Schrank. Überall gibt es ein Oktoberfest. Ich glaube, die einzige Stadt, die Mitte Oktober kein Oktoberfest hat, ist Pyongyang. Und vielleicht noch München, weil sie seit dem 3. Oktober schon lange fertig sind mit ihrem. Was zwar auch keinen Sinn macht, weil im September macht man doch kein Oktoberfest. Und warum will man an so eine schlechte Kopie gehen? Scheiss musiklose, wässriges Bier trinken und unteren Tischseichen kann ich auch zu Hause ohne zu reservieren. Nur die Blossmusik ist in der eigenen Stube ein bisschen teurer. Gut, ok. Viele gehen ja ans Oktoberfest wegen der lustigen Bahnen. Ja, jetzt aber. Ja, jetzt aber. Aber ich war natürlich nicht nur auf der Wiese am Zürich HB, sondern auch auf der richtigen Wiese in München. Also, ich glaube zumindest. Es ist das hier nicht. Und das ist schon das hier mudar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.